Hallo liebe Insieme-Freunde. Auch wir vom Team sind in der aktuellen Situation mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Gerne möchten wir das mit euch teilen, damit ihr wisst, ihr seid nicht allein. Woche 4 ohne Waffe. Langsam wird die Haarsituation echt dringend. Es geht vielen Leuten da aussen so wie uns. Wir zeigen euch jetzt, wie ihr das Problem angehen könnt. Teil 1 ist Haarschneiden mit Corinne. Teil 2 ist Haarschneiden mit Marina. Viel Glück und bis bald. Musik Also schau, das Teil ist eben die Haarschneiden. Da ist sie. Es schneidet wie wild. Und in die Ohren. Musik Wir probieren sehr gerne, euch auch aus der Ferne Unterstützung anzubieten bei euren alltäglichen und täglichen Herausforderungen. Für das haben wir unsere Hotline gerichtet, wo die Nummer unten und unten eingeblendet wird. Denn das Motto gilt, gemeinsam geht vieles einfacher. Und darum, bleibt gesund und bleibt zuhause. Musik Beide